Wo ist denn die Olle jetzt? Da ist... Macht mich wahnsinnig, die glitscht in dem Schacht, in dem Luftschacht, die sich voll herumgeglitscht in mir. Hallo. Es schaut aus wie ein Pirat, der hat eine Augenklappe und so einen hübschen Board. Nee, ich hab noch keine Kiste. Könnt's nicht so laufen, wenn ich noch keine Kiste hab. Du hast da was kaputt gemacht. Pass auf, da vorne steht einer, du Heisel. Ah, der sieht meine. Nein. Ich lauf in mir nach, das ist mein Kaputt. Motor. Oh Mann, daneben kommt einer gelaufen, egal. Pass auf. Warte. 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 Ich geh schon zum nächsten. Das hab ich auch gemacht, du bist so ein Arschloch. Was? Du Süßen. Ich pack mich hier ein, ich bin in einer Kiste, ich bin gar nicht da. Du kannst nicht in mir kisten. Warte. Jetzt. Die James Bond Mission. Oh, Kisten 6. Die wollen sich auch fortpflanzen. Die Kistenmission ist auch so geil, ich find das so super, da läufst du in der Kiste um und du 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 du. Warum läufst du so, ist irgendwas? Kein Stress. Ich lauf da rein. Da müssen wir alles von vorne machen, gell? Ja. Cool. Machen wir nochmal Kisten-Ackchen. Fuck you! Okay. Oder wer schreibt mir? Nein dir! Mir? Mir, dir, ich weiß nicht, irgendwer hat mir auf Skype geschrieben. Auf Skype? Nein, dann hätte er mich aus dem Spiel rausgehauen. Bei mir hat er grad blubbl? Mich hätte er aus dem Spiel rausgehauen wahrscheinlich. Ich muss weh drücken und ich muss aber gleichzeitig schauen, wo meine Uhr ist. Jetzt bin ich nur behandelt, wenn es Steinenm Wurf mit母 secrets ist. Ich bin so paranoid, Alter. Wie ist es zur Zeit? Was? So wie lange? Und was ist es? Ich hasse es. Deswegen stelle ich nie eine auf, wahrscheinlich. Aber ja. Ich durfte nicht mehr hinunterspringen. Habe ich gemacht. Mann, der Typ schaut so belämmernd aus. Mein Pirater, mein Gott, tötet ihn! Was denn? So stehst du schon wieder in mir, was soll das? Warte, ich muss ein Foto machen, wir sind grad so sexy. Ich hab grad ausgeschüttet. Du hast grad ausgeschüttet? Dann hab ich Zeit, ein sexy Foto von uns reinzumachen. Piu! Fertig? Ja, ja. Wir schauen ja auch so heftigst geil aus, so süßermachen. Wieso rennst du in Kreis um? Ach so, weil wir auf die Rolle warten müssen. Wie heißt sie eigentlich? Hallo? Redest du nichts mehr mit mir? Okay. Das ist auch recht. Ach, wusch, dann redest du nicht mehr mit mir. Ich rede mit mir selber und dann reg dich aber nicht auf, wenn ich viel rede, wenn du mit mir redest. Ich rede, was redest du? Ich mach dich einfach nur psychisch voll rein, also total. Du machst mich fertig, oder? Ja, das ist ja mein Ziel. Also, du rennst da drinnen, nur das Spastis, immer du. Das schaut so geil aus von mir raus. Wie du da rein rennst, alles wegmescht und nur in den Kreislauf steppert und rupallerst. Oh man. Herrlich. Das schaut so super aus. Äh. Und du rennst ja besoffener, die ganzen links rechts, links links links. Oh Gott, dieses Spiel bringt mich nicht mehr um. Ich hab gerade jemanden unsichtbar angeschubst. Ja, du guck dich. Ist besser. Hey, ich kann sogar hier zäh machen, yeah. Mal laufen die hin, die Idioten. Wart wo wir stehen sollten, normalerweise. Wir sind nicht normal. Ich mein, es ist schon mal jemandem ausgefallen. Ich will ja jetzt nichts sagen, ne, aber... Komm, gut, 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 Achtung, das man mal anschaut. Was ist ja schon mal? Das ist ja. Wart ich noch nicht, ne, ich komm mal auf! Wart ich noch nicht? Ich bin halb. Na, ich hab mich mit anstrengend, ne, ich hab mich mit anstrengend. Ich hab mich mit anstrengend, ein bisschen mehr auch, wovend. Ich hab mich mit anstrengend. Ich hab mich mit anstrengend. Das sind jetzt alle. Die reden ja immer runter. Ja, ja, weil die dann rüberkommen zu uns. Wo du hingehst, wo sie kommen. Roboter! Weg hier! Was? Roboter! Sie sind gefährlich! Terminator-Bots sind gefährlich. Es tut so weh, wenn die einen treffen. Spawn kill! Spawn kill! Spawn kill! Wirklich? Call of Duty-Scheiss? Oder was auch immer, Battlefield-Scheiss? Egal. Da drüben glitscht einer rum. Oder irgendwas. Da ist auch noch was aus dem Gesicht gefallen. Oh, oh, oh. Oh, just the two! So viel Zeit muss sein! Oh nein, schieß nicht auf mich! Schieß auf den anderen! Ich bin nicht da! Mama! Der Weg! Der Weg! Der Weg! Oh Mann! Der Weg! Der Weg! Der Weg! Du Hui! Der Weg! Ah, ich muss nebenbei die anderen noch töten, weil Sala nichts macht. Was? Ich bin nicht da mittendrin, ich stehe da in der Mitte. Nicht du, die blöde Kuh da. Ach so. Die, wo keiner den Namen weiß. Genau. Irgendwas schießt auf mich, irgendetwas Großes. Oh, ein Roboter. Entschuldigung, Roboter, ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich nicht beachtet, das tut mir leid. Hätte ich machen sollen, wohl. Ah! Auf mich schießt die ganze Zeit irgendwas, aber... Ja. Ich schießt die ganze Zeit auf die Rolle. Sie ist gleich down. Jetzt ist sie down. Ha! Platsch! Aber auch die ganze Zeit noch sie geschossen, alle anderen machen wir wohl. Wie bist du? Ich komme. Ich rauch jetzt eine Zigarette. Wer? Was? Ich rauch jetzt eine Zigarette. Ach so, ja. Schau. Das ist virtuell auch mitrauchen. Oh, Mann. Mein Kreuz. Oh, Mann. Ascha. Ascha. Das ist ja auch ein schlechter Name eher. Die sitzt nur neben mir und hat nichts gemacht. Ich wurde die ganze Zeit abgeschossen. Ich hab nur die alte abgeschossen. Ich hab auch nur die, die alle abgeschossen und nur ein paar von die anderen. Nur ein Roboter, der, der, der mich gepasht hat. Yay! Shaka! Shaka Mulata! Ich geh kurz speichern, geh kurz raus und schau, wer geschrieben hat. Warum musst du raus? Ich dachte, du tust am Laptop scappen. Nein, ich hab am Computer gescapt. Huuu. Dann muss ich halt die Aufnahme ein bisschen wie ein bisschen wie aus dem Spiel rausgehen. Egal. Dann haben wir wenigstens wieder eine Folge in der Dingens. Ha, ha, ha. Na dann. Schuss. Ciao. Yay. Yay. Hallo. Welcome back. Sind's Rufi hier und wir quatschen jetzt mit Ascha. So fangt's an. Ja. Mein Mistkübel ist zu weit weg. So. So. Du laufst schon wieder herum. Schwum, schwum. Was haben wir jetzt noch für Missionen? Ein paar haben wir wieder dazugekriegt. Ok, passt. Irgendwie ist meine Maus gerade komisch. Wird schon passen. Tududu. Tabulator. Was macht du? Du macht. Du macht. Was macht du? Was macht du? Was macht du? Halt. Dreh die Welt! Keinflere? Kräfte stampfen, Upgrades, Aufladen, Kaufen. Hahaha. Sehr toll. So. Ah, so, das. Into the Simulation. Oh, die Anus. Mal hin. Hin. Ah, du bist ja schon dort, bis ich da irgendwo bin. Oh, man. Das ist ja... Gut, zack, prack, weg sind wir. Zack, prack, ja, ja. Ah, Adrenalin. Yay. Auf die Fresse. Ich fliege wieder gegen die ganzen Häuser. Du, du, ich rolle einfach wieder durch die City, das passt schon. Das mache ich auch immer, aber es ist ja wohl los, wenn du auf die Häuser fliebst. Die Simi-Rolling-Dehating, so habe ich die Folge genannt. Die erste, wo wir das machen. Ach so? Ja, ich habe sie genannt, die Simi-Rolling-Dehating. Hahaha. Wer war danach irgendwie? Ich weiß nicht. Oh, jetzt stecke ich in ein Auto, war's ein Krack. Du, 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 du. Yay, Bronzer! Vor meinem Fenster bellen gerade die Hunde, wie wahnsinnig. So Wadlbeißer Hunde. Das ist echt krank. Oh, ich bin gerade gegen eine Brücke gefetzt. Nein, nicht abbiegen. Oh Mann. Meine Nase bringt mich gerade um. So, jetzt aber. Ist ja ruhig hoffentlich. Bam, 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 bam. Ich sprung dir außen schon. Ehe schon genug. Ehe schon genug. Ja, was hast du eh schon genug probieren? Ja, ich bin auf der Autobahn. Ach so. Nananana, ich habe irgendwie noch keine Autobahn gefunden. Ja, wo ich bin ist die Autobahn. Aber mich fetzen die Autos immer so weit rauf. Ich fetze mich echt immer so weit rauf. Und dann stehe ich irgendwo hin und dann... Oh, ich komme zu dir. Geflieicht. Geflieicht. Komm mal in deine Richtung geflogen. Ah, das hat sich geiler gesehen. Ich seh dich. Oh Mann, ich stecke unter einem Auto. Ich hab dich gerade gesehen. Ich hab dich gerade gesehen. Von... Gold. Und ich rolle immer noch. Ich mach Freudenrollen. Punkte bringen wir zusammen, machen wir mehr. Ja, sicher. Sicher machen wir mehr. Aber ich... nicht. Ich bin ins Wasser gefallen. Nein! Ich wollte gerade wieder starten. Egal. Ja, ich bin ins Wasser gefallen gerade in dem Moment. Egal. Geschäft. Passt. Welcher Level hast du schon? Ich hab jetzt nicht geschaut. Komm davon, wenn du immer so schnell drücken tust. Ich bin immer eins hinter dir. So schätze ich nicht zu haben. Okay. So wie man mit der Sprache immer eins über dir ist. Ja, verstehe ich sowieso nicht. Ah! Ich bin gerade niedergeführt worden. Was ist denn hier los? Ich bin mir überall angeschossen. Dreibe ich mit Piers, geh dort drüber? Ich weiß nicht. Hm. Ich lauf mal dir nach. Du machst so sicher irgendwas sinnvolles, oder auch nicht sinnvolles. Ja. Ja. Pew. Ja, ich bin der Beste. Ich bin gerade so geil geladen, jetzt mein Pick. Oh Mann. Okay, diese Stoppel ist noch beschissener wie die andere. Die wird einfach mittendrin aufhängt, etwa der Werbung. Ich hasse mein Handy. Ich brauche eine normale Stoppel, sehr analog oder sowas. Hast du keine Ahnung? Du hast mich gerade weggestoßen. Überhaupt nichts, da sind nur Laternen. Ja, das waren Laternen. Ich habe ja gesehen, wie du mich weggestoßen hast. Und wir düsen, düsen, düsen über die Autobahn. Die Autobahn. Was, mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad düsen wir auch immer über die Autobahn. Ja, wirklich. Weil wir halt extrem krank sind. Extreme. 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 Tunnel. Oh Mann. Ich hoffe, diesmal sind wir richtig. Aber ich glaube schon. Weil diesmal mussten wir nicht über den Tunnel springen. Nein, jetzt musst du aber durchraten. Jetzt darf ich wenigstens durchrennen. Das letzte Mal habe ich nicht durchrennen dürfen. Das ist ja unglaublich. Da fliegen die Schilder umher. Und ich laufe das Haus hoch. Und ich siege dich aus hoch. Schubidum. Das war's. Der인지wamen. DerAL? Dieência derождения. Die König. Die terra ist neu gesundern der worldside Deuser.